Ein Renault S-Pass steht hier zum Verkauf. Der schwarze Van ist fünftürig, bietet Platz für sieben Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 12.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Finsufix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 160 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 4,7 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017